Uiuiui, ich bin fast dort. Wo hast du diese Dreckzähnchen, Alter? Ich kann mich nicht mal heilen, weil mein ganzer Kran dahinten liegt. Warum erwartest du nicht, aber ich könnte dir die ganze Zeit die Heilung geben. Aber nein, du musst dir das hervorbrechen, weil das ja so viel schneller ist. Ja, ich will mich selber heilen. Ja! Ich würde mich selber packen können, aber nein, es geht nicht, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Oh nein. Ich sterbe auch hier die ganze Zeit. Hätte ich keine Heilung, wäre ich auch schon ins Tor. Ah, deine Sachen, deine Sachen. Ich hab dir grad schon mal fast alle aufgesammelt. Fast. Nein! Uh, heilig! Oh oh. So, das war der Rest. Rot. Da fehlt rot. Wow. Von mir aus können wir uns von diesem Drecksplaneten verpissen. Ich spielse wahrscheinlich auch keinen Bock mehr drauf. aber ich habe wenigstens ein bisschen du hast die gefunden oh ähm ach ja und diesmal bitte nicht alles öffnen äh übrigens die ganzen Gleise jetzt mitnehmen ach geil stimmt also äh aber fangen von oben an achso ja die mit den Gleise ist klar auch mitnehmen jawoll ähm äh äh ich komme nicht auf die warum komme ich da nicht drauf ich komme auf die Plattform nicht drauf ne ich fühle ich feiere die ganze Zeit durch warum scheiße viel Damage äh ich fahre die ganze Zeit durch warum fahre ich die ganze Zeit durch für mich ist gerade kein so Ding die können mich nicht tragen ne die Dinger die fallen ja die ganze Zeit durch ja ich glaube auch das ist Rassismus weil ich schwach bin ähm was ist dein Problem ich fahre die ganze Zeit ne 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 ich lande auf den drauf guck 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 ne 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 warte 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 ow das tut wieder ich Idiot guck den letztens mal an und fall durch hm keinerieb wenn da ich irgendwie komisch hängen bleibe wow das ist Rassismus nur weil ich kein affe bin weil die haben sie angst deshalb tun sie das nicht machen aber wir müssen gleich die ganzen schienen mitnehmen auf jeden fall und wenn es geht bitte diesmal nicht diesen scheiß hebel öffnen aber er leuchtet so cool Prozent und gleich feststellen ich muss hier weg ah der Typ ist bei mir das war so klar er tut erst mal den Typen ja wenn du ja alles tut das ne nimm die Burg wenigstens mit für das Kinderzimmer und den Affen und den zweiten Affen und den Kronleuchter und die Laternen Vorsicht der sitzt hier unten Ah jetzt killtragt sie mich nicht ach du machst schon die Schiene ok aber ich mach die Schiene auf der anderen Seite dann und wir könnten direkt das Glas hier mitnehmen ok mach ich muss nur gucken wie ich da hoch komme ich muss nur gucken wie ich da hoch komme ok 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 ganz wichtig ist das was runterfällt ok das denke ich ist nicht mehr möglich das ist in dem Schacht wo du die Bahn abgebaut hast ja ich bin doch schon im Tieter ok ok da kommt nie wieder hin das ist willkommen im möglich ok 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 ich drücke jetzt den knopf nach warte 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 ist noch glas und das mit an der seite rechts ist noch glas sein habe ich nicht mitgenommen ich drücke jetzt den knopf nein hier ist nur glas du gehst rechts runter ich geh links runter dann können wir da noch ein mitnehmen ich also ich drücke jetzt erstmal eine knopf warum das bringt ja doch nichts doch ich will die ganzen zielraum bringen du machst das ja 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 Bis zum nächsten Mal. Oh. Und? Wie weit bist du? Ah, der Massen-Dinocid ist fast vorbei. Die meisten Tiere sind schon tot. Geht glaube ich nur noch eins. Ah, ne, hier unten sind auch noch ein paar. Ah, die bringe ich jetzt mal schnell um. Oh, ne, sie kommst zu dir runter. Super. Aber ich glaube, die müssten durch den Aufpall gestorben sein. Oh, ne, sie leben noch. Aber das kann man auch mitnehmen. Und sind alle tot. Wir sind alle tot. Wir müssen das Glas mitnehmen von dem Vorderbau. Müssen wir? Ja. Müssen wir nicht. Doch. Müssen wir nicht. Erst kannst du machen. Ich habe alle Zierungen gemacht. Das ist auch eine Leistung. Das ist auch eine Leistung. Hast du ein Massen-Dinocid heute veranstaltet? Nein. Ich war auch mit einigen Kreaturen beschäftigt. Wenn du mit einigen. Ich habe alle noch. Aber die ganzen Schicken-Dingern erledigt. Ja. Aber die sind da... Die sind gleich daraus wie immer noch welche. Sie sind trotzdem scheiße. Das hat aber nicht damit was zu tun. Das hat aber nicht damit was zu tun. Ja. Nimmst du die von der anderen Seite auch noch mit oder was? Nimmst du die von der andere Seite auch noch mit oder was? Lassen Sie? Nein. Du sollst dich nicht mehr heilen. Ja. Ich mache ein bisschen weiter an Linz. Ansonsten und ansonsten. Verarbeiten. Ich komme auch gleich mal rüber. Ja. Nein, brauche ich. Wo hab ich denn jetzt die Scheiße? Hier? Oh, was hab ich denn hier? Oh, ein Broadswap! Legendary Broadswap! Okay, nichts mehr. Ne, ich mach das ganze Glas mit von vorne. Und dann komm ich wieder nach Hause. Nach Hause. Es regnet. Zuhause regnet. Da hab ich jetzt endlich weitermachen, ey. Ich werd die ganze Zeit nur aufgehalten. Ist das dein Scheißernst? Ist das dein Scheißernst, dass du mich die ganze Zeit hier aufhälst? Alter, ich hab doch auch noch gesagt, du musst nicht, aber ich hätt's auch so packen wollen. Ja, hast du aber nicht. Du hast die ganze Zeit nur rumgeschrien. Nein. 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 Was brauchst du denn gerade zuhause? Räumen wir das ein Okay Das ganze Glas kannst du eine Kiste packen für das Garten, denkst du? Ja, das habe ich jetzt keine extra Kiste Dann nimm einer aus der Kiste mit den Kisten Nein, das ist genau übersichtlich Ja, das ist genau Okay, gleich soweit Letzte Glas Und fertig Ich komme Warte Ich bin hier so am Schiff Ich komme Ich bin hier so am Schiff 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 Ich wusste es Du sagst, das ist okay oder sollten wir anders machen Achso, ja ist okay Das ist dann auf der anderen Seite auch so spitz zuläuft Ich frage mich auch noch den Hintergrund Ich mache den Vordergrund und du kannst den Hintergrund Super Super Okay, statt LOL sagst du jetzt super oder was? Super Super, super Und oben müssen wir auch ein bisschen größer machen Aber die Schienen habe ich auch schon eingeräumt Da, wo du die anderen Schienen hattest Das ist eine gute Idee Super Idee Und guck mal das Lager Guck dir das mal an Moment, ich will ganz kurz die Schienen loswerden Aber ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier die Plattform habe ich noch Bestreicht ist Eine Versatz Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020